Ist es Leben auf Mars? Oder ist es Leben auf Mars? Das könnte natürlich viel Licht auf, woher kommen wir, was das Leben ist. Das ist sicherlich die Hauptsache, weshalb wir auf Mars gehen sollten. Ich glaube, für viele Menschen ist es auch ein Plan B für die Menschheit. Wenn etwas mit der Erde passiert, dann kann die Menschheit auf dem Mars überleben.